Ihre nächsten Nachschlüsse, Gassi 25 nach Saalfeld über Jena Paragie, Abfahrt 11.12 von Gleis 3, die Rechte über R.I. 60 nach Halles Saale, Aufwachung über Weichenfeld, Abfahrt 11.22 von Gleis 1, R.I. 50 nach Saalfeld über Jena Paragie, Abfahrt 11.35 von Gleis 2, und R.I. 60 nach Naumburg Saale, Abfahrt 11.40 von Gleis 5. Gleis 3, Einfahrt, R.I. 25 nach Saalfeld über Jena Paragie, Abfahrt 11.40 von Gleis 2, Vorsicht bei der Einfahrt! Gleis 3, einfahrt! Untertitelung des ZDF, 2020